hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel gangs of glory ich werde das spiel mal starten ich habe es heruntergeladen und vollbild mein account ist auch da hurra dann mal schauen was jetzt hier so schnell machen kann auf die schnelle ok erstmal hier einvermeld perfekt nummer 1 fertig aber hier modlicht ein fordern fünf tassen t ich könnte jetzt auch im tee trinken ich könnte das kaufen für doppelt das geld für eine stunde für 24 stunden ja brauche erstmal nicht deswegen schauen wir erstmal weiter wo wir noch was einlösen können eventzentrum was ist hier schönes nichts oh 40 nachrichten krieg ich wurde angegriffen schweinerei ich habe doch gar nichts gemacht verwalten auswählen ja alle löschen hier haben wir markieren verwalten alle auswählen löschen ja so same wow wow shit zack alle auswählen und alle löschen berichte verwaltung alle auswählen und alle löschen jetzt geht es hier weiter öffnen 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 gegenstände gegenstände allianzen helfen gut spenden gut und die nächste nachricht was ist das allianz auswahl löschen was haben wir jetzt noch hier einsammeln das noch vergessen gut dann hier alles einsammeln was wir einsammeln können 1000 1000 61.000 ich glaube die brauche ich noch gar nicht deswegen ok wollen wir auch umschauen da war nochmal welche hier haben wir einmal ein gratis wer ist dabei mal dann brutal die haben wir doch schon welcher meister ist da den haben wir noch nicht thomas hobbes gehen wir mal zu der hexe schauen was da schönes ist wir brauchen ein speer und schützen schütze schütze ok dann schauen wir mal sperr nehmen wir erstmal die hier ne warte mal ein a spieler nehmen wir den hier schütze 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 das wären dann die beiden aber die lassen wir erstmal weg schütze schütze auch sperreiter sperrschütze reiterschütze genau deswegen wenn ich jetzt beide schütze schütze mache könnte ich nur noch den hier machen sperr und reiter da hmmm nehmen wir den und den und hier nehmen wir die frau und den und hier nehmen wir so jetzt haben wir vier leute oder was heißt vier leute vier aufträge anlaufen und die war man beides mit zwei schützen das habe ich nicht gut 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 einsammeln einsammeln wächter der ist neu er ist reiter und buchleser keine ahnung also kein kämpfer sondern ein demokrat kann man ja so sagen ein politiker oder ein politiker geschenk los sammeln sammeln ausbilden oder kann man die verbessern ah das sind nur die burg verbessern ne erstmal nicht nur ausbilden aber das alles spenden fahr mal mit um an haben wir das auch fertig die spende einsammeln das habe ich noch einmal bauwerk forschung kümmer machen entwicklung bauen und die forschung erhöhen marschieren ausdauer der bühne ausdauer der ist wieder frei okay aber so für bessern Das war's für heute. Habe ich alles genommen oder was vergessen? Okay, da brauche ich die Äxte für. Dann kommt noch der hier, einmal drehen, ich glaube danach einmal Karten spielen. Zweimal. Ach, das ist doch schön. Kein Problem. Hm, da ist doch Freischalten, genau. Dann haben wir noch hier oben, das ist da wild. Ne, das schaffe ich nicht. Da bin ich noch zu schwach für. Was habe ich denn sonst noch hier? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das ist doch schon mal schön. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich könnte jetzt den noch hier alle kaufen. Ein paar Stück. Aber... Jetzt habe ich 520. Also, ich könnte da noch ganz viele machen. Aber wie gesagt, das würde mir ein bisschen zu lange dauern. Und es wäre ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit die ganzen Diamanten kaufen würde. Und dann hier 5 Stunden lang immer nur verbessern würde. Ja, wohl. So lange wird's nicht sein. Nein, 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 nein. Nichts zerlegen. Einsetzen. Das ist aber mal hier blau. Und gleichsam war fertig. Einbetten. Jetzt haben wir hier noch. Den blauen wollen wir ja holen. Einbetten. Einbetten. Fertig. Jetzt kommen wir hier noch hin. Dann nehmen wir jetzt einen roten und einen pinken. Und ein pinken. Und ein pinken. Einbetten. Jawohl. Und hier nehmen wir jetzt einen blauen noch dazu. Pink und blau. Und hier nehmen wir jetzt einen blauen noch dazu. Und hier findet auch ein roter und ein blauer. Dann haben wir alle Varianten einmal durch. Ob das das bringt? Keine Ahnung. Aber alle Varianten durch. Und blau war das. Gut. Da war immer pink. Rot. Blau. Blau. Pink. Blau. Pink. Rot. Blau. Shit. Jetzt gehen wir hier rein. Nochmal gratis. Aber schon. Lady Brutal. Ich glaube. Ich glaube das war alles was sie machen kann. Was fehlt mir denn noch. Ich habe alles in episch. gut. Ich würde mal den anderen herausfinden. Ich würde mal ein bisschen verbessern lassen. Da gefällt mir ein, den ich habe. Gut, dann haben wir alles soweit fertig. Mein Bauarbeiter ist schon wieder ohne Arbeit. Ne gut, halt Feld verbessern. Ja, das war jetzt alles, was ich machen konnte, was ich machen kann. Hier oben ist auch wieder ein Punkt. Gut, was kann ich hier machen? Der Kauf ist möglich, wenn dein Schloss unter Limm 3 unter 9,20 ist. Sollen wir das machen? Okay, machen wir. Kursrechter XP. Eine Minute. Wie bitte? Ja, ich komme gleich. So, ich muss jetzt auch langsam fertig werden. Ich werde gerufen. Und dann, was würde ich jetzt machen? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Mist. Ah, nein, da war nichts. Hier, gucke ich noch einmal. Forschung. Forschung. Entwicklung. Forschungsgeschwindigkeit erhöhen. Okay. Helfen. Das ist alles fertig. Marsch. Könnte ich einen losschicken. Das schicken wir. Das schicken wir. Nee, bitte. Da schicken wir hier. Bis jetzt sind das. Und los geht's. Gut. Das war's für heute. Da sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich hole noch mal ein Ticket ab und sage bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.